Na nu, wer ist denn das? Nach ihrer radikalen Typveränderung haben wir Shania Twain erst auf den zweiten Blick erkannt. Früher kennt man die Country-Sängerin meist mit gewählten braunen Haaren. Bei ihrem letzten Auftritt zeigt sich die Kanadierin allerdings in einem ganz neuen Look. Mit glatten, platinblonden Haaren und in einem eleganten Outfit verblüfft die Sängerin ihre Fangemeinde. Auf Instagram postet die Sängerin eine Reihe von Bildern ihres Auftritts und posiert dabei unter anderem mit der deutschen Songwriterin Kim Petras. Auch ihre Fans müssen zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es tatsächlich Shania Twain ist. Unter einem Instagram-Post schreibt eine begeisterte Userin, Wie kannst du nur so jung bleiben? Ich dachte, das wäre ein Throwback-Posting. Du siehst fantastisch aus. Ja, diese neue Frisur verleiht der 57-Jährigen wirklich einen jugendlichen Touch.